ja willkommen mein name ist an die röpe und meiner ist die metro mario maß und wir wissen euch zurück zu retten mario party acht ja ich bin am zug ja da mache ich das ja jetzt mein dreimal einsetzen ich aktiviere mal mein bonbon um drei würfel erscheinen zu lassen erwarten mal wenn du den stern jetzt bekommt dann gehst du tot davon ab sein zu holen ganz richtig das ist auch was 11 11 ja ich bin ich bin auf der warte da die 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 dürfte nein das ist auch eine falle müssen an der stadt keine ahnung ist bei meinen dinger sind jetzt auch alle weg dann ja die ganzen züge sind weg war immer machst du ja die schnauze die schnauze weg mag ich nicht weg müssen jetzt der stern ich habe keine ahnung da muss er dann da unten ist er dann irgendwo die nummer drei leute bonbons ok pinker bonbon dann gibt mir bonbon finger geist das ist ein pinker bonbon was willst du von den tag gehört zu meinen ahnen aber ich bereite mich schon mal auf das nächste auswort nicht auch der schnapp ist jetzt ein stern wahrscheinlich du bist erster mit nur einer münze vorsprung ist jetzt schon dreht und sterne ich gehe am stock der münzen von den der münzen von der gelernte haben sich abgesprochen von den spiel ja ja denn er hat den einfach irgendwie der die einfach irgendwie in 10 irgendwie ist ein schmoll niederlos sagt mir ein geheimnis nämlich zum schotter hat das haus gerade gefurzt schon wieder ja diesmal laufen wir nach rechts und der dünne ist eiskalt auf dem ersten klatschen hat sich der einfach so fett gemacht noch ein glücksfeld noch von mir so bei dir bist du nicht lohnen die beine anzusetzen 50 war todlohne ja diesen leute ich werde ich diesmal richtig fertig wenn ich drehe wenn ich mit vollen gedanken und herzen und seele drehe und träumst du ich habe gewonnen bei dir fehlt noch ein bisschen das liegt wahrscheinlich auch daran dass du viel kürzeren arm hast als ich liegt an dem muskel der bohrt keine muskel deswegen du hast kein was viel weniger muskel als ich habe keine muskel die klappe man das war eine vierte drei kommen wir uns bei 30 immer noch nicht was habe ich vom morgens wenn ich eiskalt bei tod machen ja da kommen wir 303 war immer noch ist auch noch was den dingen habe ich abgewünscht aber ich will auch mein dreier dinge einsetzen jetzt wollte sie noch mehr münzen schon genug aber kann man sich dort ein schönes haus kaufen und so ja 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 um gottes willen drei münzen er hat mich da angefasst aber geh weg nicht anfassen oder von den toten irgendwie geld klauen ja er von zwei toten gerade geld geklaut mehr seite noch mal verkündet ich wäre wäre am stopp gelaufen wenn das passiert wäre wenn man nur nach oben ja ja das sollte für die wissenden zwei mutiger sind ich glaube allerdings auch wir erzählen wir sind weg hier und sind weg ein bisschen gegen das nicht lehnen und warten auch ja zeit zu betrügen was ist eine zeit zu gewinnen ja 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 ich will nur mit einer minute ich blieb nur mit einer münze hinter dir hier kann das denn sein und ich doch nicht hier vergeteert explain war doch tot der so viel drei bonbons 5 5 5 5 ich krieg 30 münzen jetzt kann es mich gar nicht erreichen normalerweise will ich mir einen duell aber ich hab's jetzt gerade so auf den pilz kommen abgesehen der stern ist jetzt die 1 die goldene 1 1 da ist ja fast aus wie eine 1 okay was geht was am langbrot geifert die doch mit einem spieler einen duell noch so ein ich habe keinen ich hab keins glück und trifft den mit dem ding kann es nicht der breite bonbon wegwerfen 9 von ländern alle müssen die hälfte ja die hälfte warum hat dann pleite weil das opfer zufällig entschieden wird wurde auch kein sie hättest du mal ein pleite bonbon mitgeworfen sie ist mal getragen sie ist der frage ist jetzt wirklich noch ein baier dingen ein ich probier es mal was bei deinem raum ist wo du landen wirst das ist erstmal ob war was bei mir ist ja ja der eine spiel wo ich auch kein fehler macht haben verloren habe okay es fühlt sich einfach von dem viel verarscht er war doch auch keine fehler gemacht kommt ab für kletter verloren klärt hat kletter hat kletter free after wei afwehr wahrscheinlich und die wahl der teil sind noch war beide ist klar hier wollen wir verarschen aus hat sich auch dabei gibt es doch nicht ich fühle sich einfach vor diesem spiel verarscht oder der boh könig er ist auf eurer seite so sieht er macht weil wir sind die toten der willst wird noch soweit gemerkt da glaubt ihr gar nicht darauf legt mich genau da rein ich habe hier einen sterben möchtest du können ich muss der simons erwerben klar hier ist ein sterben ich habe den nächsten auf anhieb gefunden das ist ein grund zum freuen ich habe mich ja was ganz dringend ach das hausgast schon wieder gefurzt entweder ist es ist von ihnen ist gefurzt okay wir gehen nach unten hin du sagst wenn ein glücksfeld am anfang nein ich muss ein paar warmungslos werden obwohl wenn ich irgendwie für die münze von ihren zwei bieren und zehn minzen bezahlen muss er so erzählen so dann geht 21 natürlich ist da an dinge acht bett macht doch immer gewandt alle die es will in drei münzen wo ich kann mir nichts leisten eigentlich sondergebote dann gehe weg ich glaube ich war jetzt irgendwo die richtung zu ändern die richtung zu ändern und wo wahrscheinlich weiß auch gar keine wegel gabelung gab er hat doch schon so viel aufgesprungen weil wir nebeneinander standen immer mehr holt er sich immer mehr und mehr oh gott der denn da niemand verletzt werden wir da landet ja wenn ich ganz vorne bin amnächst am stern potenziell wird sich aber verarscht und ich will nicht mit dem bildskopf zusammenarbeiten die dinosee noch genau diese schildkröte egal die reptilien annehmen ja das spiel mir geht das noch mal erst mal gucken wir überhaupt welche rolle bekommt okay wir beide sind die jäger das heißt wir müssen noch die monst schlagen bewegen wir uns hier mit die müssen sachen ausreißen die müssen sachen ausreißen und wir müssen die verprügeln das klingt doch an einem schönen job für uns ne ja wir sehen auch schon sagen dass wir auf eine farbe aufpacken ja war noch eine da reiste in den schädel aus das sehen ja wie viele monstige noch ein 0 marina weiß die dinge aus los knochen trocken ja ich habe schon ich habe gesehen wie der von dem tod und gegen er hat zuerst ausgerissen auch zuerst geworfen und im selben moment habe ich ja noch zugeschlagen ja und wie viele minuten haben wir eigentlich bereits was auch gleich okay das ist was das gleiche der tod vor dir ich bin einsteigen jetzt alter sich leider wieder auf das meister im geld machen dankeschön kommt mir ehrlich gesagt wie gelegen gerade dieser bin ich nicht bin ich nicht sozial das ist ja wir sind jetzt quitte dann habe ich mir den ersten stern ja ich bin so sozial egal wo ich muss die erste zeit eigentlich immer so niedrig sein c2 480 da ist mal irgendwo der gabelung hier haben wo die ist so lang da kann ich ja im kreis da kann ich auch mal einsetzen oder soll ja ich bin halt auch was sind stehen wo es sogar der sterne was ist jetzt mit donkey kong geht der nächsten haus über oder wat das haus hat schon wieder blägerungen raus hier es werde in die luft wegen achtung der tagtik genug inkommen das haus hat schon wieder gefutzt okay es geht was geht ab was geht ab was geht ab weil ihr seid alle vor mir aber ich habe leider kann warum ich irgendwann abziehen der ist natürlich wieder ein kilometer entfernt ja stimmt unten weil dann plomb ist das muss nicht unbedingt so sein was ja da bringt es jetzt voll jetzt vor noch mal kurz zum mond und dann mehr zurück und ich gehe mal eben zum mond vor und zurück ja geil das hat das was gebracht und ich jetzt jetzt fliege ich soweit von hohen start geil das war last da ist ein voll trottel der wieder hier ja jetzt habe ich mir auch ja willkommen zur mobs maschine bitte was klaue deine gegner was ja und ein bonbon und bei wem bei dir ja natürlich bei mops 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 trallala du hast es geschafft jetzt kommen wir diesen bonbon schwupps welches da wollte ich doch jetzt gerade einsetzen das klingt das ist ein schei spiel das mache ich sowieso aber nicht überquere das seite wenn du dazu die ballons hier stange vor allem bei starken wind gehen nur nur voran wenn der wind abflaut weht er hingegen so konzentriere dich auf deine balance so 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 funktioniert ja richtig gut von meiner perspektive warum kann ich nicht einfach über das seil fliegen ich schwebe ja ganz über das seil warum bin ich so langsam warum bin ich so langsam gewesen was ja 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 das ist doch voll lebensgefährlich warum mache ich überhaupt so was ich kann auch einfach drüber fliegen naja aber kann doch lieber sterben also stimmt auch ich kann ja gar nicht sterben ich bin ja schon tot ich bin schon tot so das ist die letzte runde für diesen part ja die zwei war also ich habe eins mit zitrone ich bin tot ich bin tot ich bin tot ich bin tot im tot im tot ja sehr schön mir soll eigentlich vollkommen egal ich bekomme dadurch nichts du hast die hälfte der münze dennis gegen das vernichtet zack weg ja 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 super ich kann da gar nicht hin komm frage ihn doch ganz höflich aber ich wohin euch all den tages wenn das war oder sternen abklauen mit den führungen ich bin ich ach so ich führe vielleicht meinen arbeit jetzt in den raum ist so kommt ddn ja da wollte ich gerade einsetzen hat der werth abgefunden entschuldigung das wollte ich gerade einsetzen weg aufdachloser ich hab kein geld du hast nur zwei sterne genau das ist eine feindruhe ist auch nicht wie du mal danach gucken warum ich kann aber nicht minzen gewinnen weil 20 20 20 25 55 55 ich habe nichts sie sehen sie dir an wie er sich immer wieder reinschleicht spiel ja warum teller schauken wir ja auch geil dass wir abdingen und wer unter 1000 hat gewinnung wieder nicht das kennst du hast du doch in dem duell spiel gemacht ich habe gesagt gewinnt hat nicht mehr das ist schon wieder motion control ist und ich sitze hier so beschützene motion control so halten wir beschließen ja für zwei bis 43 punkte gemacht halt bist du bereit dafür ich habe gewonnen scheiße geil ich habe nur random die ganze zeit ich hier ging ich habe wollte ich nur mein link ist die ganze zeit geschaffen ich auch so wie er das alte spiel ich ja nicht mehr vom tellerwäscher zum millionär die schnauze du und oh gott du bist ja fast mit mir gleich hoch ja okay bis zum nächsten part tschüss bis zum nächsten part tschüss tschüss tschüss